Ja, die 70-Jahr-Wochen. Die Rabbiner sagen, das wäre ein idealer Proof-Text, sagen die, ein idealer Beweistext dafür, dass Jesus der Messias war. Wenn es denn stimmt, was die Christen rechnen. Und dann fangen die Rabbiner an. Rabbi Skobak, ein amerikanischer Rabbiner, der macht dann zwei Stunden Auslegung zu den 70-Jahr-Wochen. Und der zerpflückt die christliche Auslegung zu den 70-Jahr-Wochen nach Strich und Faden. Da bleibt nichts mehr übrig von. Der schießt die Burg sturmreif. Da fallen die Mauern um. Und der fängt also an, im Hebräischen die ganzen Sätze auseinanderzuklamüsern und entsprechend auch dem Hebräischen dann zu deuten. Und der zeigt, wo die Christen überall falsch sind, dass ihre Berechnung falsch ist, dass ihr Ergebnis falsch ist, dass es vordefiniert ist, dass der Weg falsch ist, wie sie da hinkommen und so weiter und so fort. Und er macht das sehr eloquent, sehr, sehr gut, kennt die Bibel sehr gut und kennt auch das Neue Testament sehr gut. Ist nicht so, als ob die das Neue Testament nicht kennen würden. Die kennen das gut. Er macht es dann aber noch schlimmer. Also die jüdische Berechnung ist noch grauslicher als die christliche. Und die Juden gehen einfach her, damit es irgendwie passt, löschen die da einfach 166 Jahre aus der Geschichte raus. Reim dich oder ich fress dich. The missing years heißt es. Wikipedia könnt ihr nachlesen. The missing years oder auf Deutsch, glaube ich, die fehlenden Jahre. Im Deutschen ist das nicht so oft so ausformuliert wie im Englischen. Also amerikanische Wikipedia ist ein bisschen deutlicher. Die Deutschen werden so ein bisschen dünn gehalten mit dem Wissen. Aber the missing years, also ganz interessant mal anzuschauen. Also wir schauen uns auch mal die 70-Jahr-Wochen an. Und zwar so, wie die bisher gerechnet wurden. Und so, wie ich glaube, dass man sie besser rechnen könnte. Also das ist das, wie man es kennt, so hört ihr das überall, ja, also in der evangelikalen Welt. Man rechnet von Ataxerxes aus, sieben Jahre, kann man schlecht lesen, das Rote, ne. Also sieben Jahr-Wochen, 49 Jahre. Und da hängt man direkt die 62-Jahr-Wochen, 434 Jahre dran und rechnet bis zu Christus. Denn da soll ja ein Gesalbter kommen nach 67-Jahr-Wochen, ja. Und dieser Gesalbte übersetzt man, da steht eigentlich nur ein Gesalbter, steht eigentlich im Hebräischen, ein Gesalbter Fürst kommt. Man übersetzt das aber der Gesalbte, der Fürst. Weil man das so deutet, dass diese Verse auf Christus deuten, von Christus sprechen. Und dann passt man die Rechnung da auch an. Warum dann man das anpasst und wie, zeige ich euch gleich, ja. Weil es ist auch ein bisschen hingerechnet, würde ich mal behaupten wollen, ja, etwas ketzerisch, ja. Das ist das, was ich euch zeigen möchte. Und da kommt man zum ganz anderen Ergebnis. Wir kommen nämlich einmal, also wir fangen in 605 vor Christus an, rechnen 49 Jahre und kommen zu Kyros. Da kommt tatsächlich ein Gesalbter nach sieben Wochen, ja. Kyros war ja ein Gesalbter, Jesaja 45, ja. Und wir rechnen nochmal von 605 vor Christus, nochmal 62 Wochen und kommen nicht zu Christus, sondern zum Antichrist, zumindest zum Typus des Antichristen. Das finde ich heftig. Scheinbar verwechseln wir wieder Christus und Antichrist in der Exegese, ja. Das ist schon mal ein spannendes Thema. Ob das belastbar ist oder nicht, das versuche ich euch so weit wie möglich gleich zu sehen. zu zeigen und zu erklären und hoffe, dass man das so halbwegs verstehen kann, ja. Das ist der Text. Daniel 9,24. Nach einem langen Bußgebet fängt der Daniel an. Also der tut praktisch Buße, weil der Daniel schreibt dann in Daniel auch, dass er im ersten Jahr des Darius gelesen hat von den 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft, ja. Und er liest dann auch im Propheten Jeremia. Er sucht diese Stelle auf. Und das Erstaunliche ist, dass der Daniel dieses erste Jahr des Darius in Verbindung bringt mit 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft. Warum macht er das? Also das erste Jahr von Darius war das Jahr 539 vor Christus. Und das babylonische Weltreich hat begonnen 609 vor Christus. Und wenn man 609 minus 539 rechnet, kommt man genau auf 70 Jahre. Und der Daniel war ja ein Staatsmann. Und da hat er gesagt, Moment mal, der Darius ist jetzt ja da, der ist ja ein Perser-König. Der Darius ist König geworden. Das babylonische Weltreich hat 70 Jahre gedauert. 70 Jahre, 70 Jahre, da war doch was. Nach 70 Jahren sollten wir doch eigentlich wieder nach Hause. 70 Jahre steht doch im Jeremia, ja. Und dann liest er praktisch im Jeremia nach, wo diese 70 Jahre zu finden sind. Und der Engel sagt zu dem Daniel sinngemäß, nicht 70 Jahre, sondern 7 mal 70 kommt. Ja, 70 mal 7, wie auch immer. Das ist ein Wortspiel. Ja, und das ist verordnet über dein Volk und über deine heilige Stadt. Und dann werden Dinge kommen. Das ist der Gedanke, der dahinter steht, ja. Er liest also, deswegen schreibt er nicht umsonst. Im ersten Jahr des König Darius merkte ich Daniel auf die Zahl der Jahre und so weiter, ja. Weil da gerade 70 Jahre Babylon vorbei war. Das heißt, wir haben von 609 bis 539, 70 Jahre Babylon. Wir haben auch von 586 bis 516, 70 Jahre ohne Tempel. Ja, und wir haben auch von 605 vor Christus aus bis 535 bis zum ersten Jahr des Darius, bis zu dem Gesalten, auch 70 Jahre. Das heißt, wir haben dreimal 70 Jahre in der Kaskade eigentlich. Und das hat Daniel gewusst. Warum? Weil es kein Dummerle war. Das wissen wir doch. Er hat ja mit 16, 17, 18 Jahren schon das Standbild gedeutet beim Nebukadnezar, ja. Und war ja ein Mann Gottes. Und hat ihn in Schriften gesucht. Das heißt also, Daniel sucht in den Schriften. In welchen? Naja, er sucht in den Schriften, die damals schon verschriftet waren und Kanon waren. Praktisch alttestamentlicher Kanon bis zur Zeit Daniels. Er sucht in den Schriften. Das heißt also, er sucht im Alten Testament. Und das machen wir auch, ja. Wir suchen immer wieder, wenn wir neutestamentliche Themen haben, dann suchen wir immer wieder in den Schriften, ja. Es steht in Daniel 9, Vers 2. In diesem ersten Jahr seines Königreichs von Darius merkte ich Daniel, bei mir steht in den Büchern, auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen, ja. Es ist fast so, als ob er sagt, oh, Babylon ist da 70 Jahre vorbei. 70 Jahre soll Jerusalem wüst liegen und dann wieder gebaut werden. Ist es bald soweit? Es müsste ja bald soweit sein. Wann kommt das, ja. Wann dürfen wir wieder nach Hause? Das war die Frage. Und dann liest er Daniel, dann liest er Daniel Jeremia. Ja, und in Jeremia steht, wenn ihr Buße tut, von Herzen Buße tut und zu mir umkehrt, dann kommt er wieder heim. Und das macht der Daniel. Das ist eines der längsten Bußgebete im Alten Testament. Der Daniel tut Buße. Und zwar ausgiebigst, ja, in Babylon. Und dann kommt der Engel. Und dann gibt er dem Daniel Licht, ja. Das ist so das Umfeld, wo man eigentlich damit zu tun hat. Und der Engel fängt dann auch an, seine Rede, und er sagt, 70 Wochen, 70 Wochen von Jahren, ja, nicht Wochen von Tagen, nicht sieben Tage, Woche, sondern sieben Jahre Wochen. Warum das so ist, wir akzeptieren das einfach mal. Gibt es auch Beweistexte für, wo man es sehen kann, bei Jakob und Lea und Rahel und so, da findet man das auch. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk, über Israel, ja, nicht über Amerika, God's own country, ja, sondern Israel, ja. Die 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt, Jerusalem, ja. Das sind die 70 Wochen, die dort genannt werden. Und die rechnet man halt so. Sieben Wochen, 62 Wochen addiert man zu 69 bis auf Christus. Dann kommt eine lange Zeit nichts, da ist die Gemeindezeit eigentlich, ja. Am Ende kommt Israel wieder und dann kommt die letzte 70. Jahrwoche Trübsalzzeit und dann kommt Christus wieder auf den Ölberg. Das ist die Perspektive, die man hat, ja. Und der Engel, der sagt zum Daniel, So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten. Da steht eigentlich, bis auf einen gesalbten Fürsten, sind sieben Wochen und 62 Wochen, Punkt. Straßen und Gräben werden wieder hergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Ja, eigentlich müsste man das hier übersetzen, Ha-Maschiach, Ha-Nagid, der Gesalbte, der Fürst. Ha ist die bestimmte, der bestimmte Artikel, ja. Ha-Aretz, die Welt. Eretz ist Eretz Israel, das Land. Ha-Aretz ist die Welt, das Land. Ja, das ist die Zeitschrift, ja, die heißt so. Ha-Al-Ma, die junge Frau. Ja, und hier müsste stehen, Ha-Maschiach, Ha-Nagid. Und das hört ihr auch immer wieder, das steht da aber nicht. Da steht nur, Maschiach, Nagid. Und Maschiach ist ein Adjektiv und Nagid ist ein Substantiv. Und der Rabbi schimpft die Christen und sagt, wie könnt ihr denn hier aus dem Adjektiv gesalbt ein Substantiv machen, gesalbter? Mit Capital M, sagt er, mit Großbuchstaben M, Messiah. Ist alles in Englisch, macht er das, ja. Er sagt, wieso macht ihr das, dürft ihr nicht. Ihr macht das nur, weil ihr Jesus da reindeuten wollt. Und dann ändert ihr den hebräischen Text. Das ist heftig. Aber jede Art von Übersetzung ist auch immer schon Deutung. Aber wenn man es hier ins Hebräische geht, da müsste man sagen, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf einen gesalbten Fürsten sind sieben Wochen und 62 Wochen. So müsste man es eigentlich übersetzen. Eigentlich muss man es doch ganz anders übersetzen, aber wir bleiben erstmal dabei, ja. Straßen und Gräben oder Platz und Graben steht da eigentlich, werden wiederhergestellt und gebaut werden und zwar im Drangsal der Zeiten, ja. Und weil man die Satzzeichen, weil man den Punkt hier so setzt, dass sieben Wochen und 62 Wochen in einem Satz zu stehen kommen, es geht aber nur im Deutschen, im Hebräischen gibt es keine Punkte, auch keine Satzzeichen, da gibt es andere Zeichen, ja. Und weil man den Punkt hier hinten macht, deswegen, andersrum muss ich sagen, man macht den Punkt hier hinten hinter 62 Wochen, damit 67 Wochen in einem Satz stehen, weil man glaubt, dass man dadurch dann diese 67 Wochen auch addieren dürfte, ja. Im Hebräischen steht hinter sieben Wochen ein Etnach. Ein Etnach ist ein Kantillationszeichen, habe ich gelernt, ein Singzeichen, damit man die Texte singen kann. Und jetzt sagt zum Beispiel Roger Liby, der im Hebräischen ja sehr fit ist, der sagt, dieses Kantillationszeichen macht hier keine Zäsur, weil die Brockhaus-Übersetzung der Elberfelder Bibel, die übersetzt anders. Die sagt, vom Ausgehen des Wortes bis auf den Messias, den Gesalbten, sind sieben Wochen, Punkt. Und 62 Wochen lang werden Straßen und Gräben wiederhergestellt werden. So übersetzt die Brockhaus. Ich glaube, meine Luther, ihr könnt es ja nachprüfen, wie er bei euch übersetzt worden ist, ja. Bei mir steht es auch so, ja. So wissen nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden. Bis auf den Gesalbten steht bei mir, den Fürsten sind sieben Wochen, Semikolon. Und mit diesem Semikolon will man dieses hebräische Etnach, dieses Kantillationszeichen simulieren im Deutschen. Und dann geht der Satz weiter. Und 62 Wochen, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit. Ja. Liby sagt, dieses Etnach unterteilt den Vers nicht hier. Ja, dieses Etnach ist im Mittelalter, 11., 12. Jahrhundert, von den Rabbinern in den hebräischen Text eingefügt worden und gehört nicht zum Grundtext. Ist also nicht inspiriert. Ist also rabbinische Theologie. Haben wir nichts mit zu tun? Und deswegen ignorieren wir das Etnach, wir machen hier auch kein Semikolon, sondern wir übersetzen einfach durch und wollen gerne 67 Wochen in einem Satz haben, deswegen machen wir den Punkt hier hinten. Da hat man anders übersetzt hier, damit man diese Berechnung behalten kann, weil nach meiner Lutherbibel, je nachdem wie bei euch übersetzt ist, müsste man die 67 Wochen trennen. Dann dürfte man die ja gar nicht addieren. Dann kommen die scheinbar gar nicht hintereinander. Aber dann komme ich ja auch nicht mehr auf Jesus. Und da will ich ja hin. Und weil ich zu Jesus will, muss ich 67 Wochen addieren können, dann muss ich von Ataxerxes rechnen, dann muss ich so übersetzen. Das ist der Gedanke dahinter. Das heißt, man hat ein vordefiniertes Ergebnis, wo man hin will und dem passt man alles andere an. Und das finde ich nicht so ganz stimmig. Aber zumindest haben wir hier mal die 7 Wochen und die 62 Wochen hier. Und diese letzte Woche, die kommt dann in Vers 27. Und er, der kommende Fürst, wird einen festen Bund mit den vielen, nicht mit Israel, sondern mit den vielen schließen, für eine Woche. Da ist sie. Eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Jetzt sagen alle, das ist doch der Antichrist, der kommt doch in der letzten 70. Jahrwoche. Wenn der Opfer und Speisopfer abtut, dann muss es ja einen Tempel geben. Also muss der Tempel gebaut werden. Ja? Jetzt würde ich sagen, das ist mir zu nervös. Das geht zu schnell. Daniel hat im 5. Jahrhundert vor Christus Antiochus Epiphanes vorhergesagt, im 2. Jahrhundert vor Christus. Antiochus hat auch einen Bund gemacht mit Israel. Ja? Mit den vielen. Ja? Damals. Historisch. Und ihr wisst doch auch, dass er in der Mitte der Jahrwoche, 168 vor Christus, als er von Ägypten zurückkam, ja, weil der Laenas den nach Hause geschickt hat, ist er ja in Jerusalem gewesen und hat dort ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet. Das war in der Mitte seiner Amtszeit. Er hat sieben Jahre regiert, sieben Jahre ist eine Woche, eine Jahrwoche und in der Mitte hat er ein Gräuel der Verwüstung angerichtet. Ach so. Ja, dann würde ja der Antiochus eigentlich schon das gemacht haben, was der Antichrist noch in der Endzeit noch mal tut. Exakt. Und der Antiochus ist ein genauer Abklatsch von dem, was kommt. Und das, was kommt, das war schon. Ja? Und Daniel beschreibt noch nicht direkt den Antichrist. Daniel beschreibt die Ankunft von Antiochus Epiphanes. Auch eine Prophetie. Aber die 300 Jahre später schon in Erfüllung ging. Jesus sagt dann, das, was in Antiochus gewesen ist, achtet darauf, wenn ihr das liest, das kommt wieder. Nicht Titus. Antiochus. Denn der hat ein Gräuel der Verwüstung angerichtet. Ja? Das heißt, die Perspektive ist eine andere. Das heißt, wir können hieraus nicht ableiten, dass in der Endzeit wieder ein Tempel sein müsste, weil der Schlachter von Speisopfern aufhören. Antiochus hat das damals im Tempel gemacht, weil damals im Tempel existierte. Ihr wisst jetzt aber, dass wieder ein Tempel kommt, oder? Ein geistlicher Tempel. Wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Der Antichrist geht da rein und tötet. Alle, die deren Opfer der Lippen, die Opfer ihrer Lippen gebracht haben. Ein geistlicher Opfer, ja? Das ist ein Bild. Das kann man eins zu eins übertragen. Das war schon mal und das kommt wieder. Ich zeige euch das nachher nochmal deutlicher. Mir ist es zu nervös, hieraus direkt den Antichristen abzuleiten. Das entspricht nicht dem Gesamtzusammenhang von Daniel. Das kommt in Daniel 11. Denn der König, der kommt, der wird tun, was er will. Ja, der wird Ägypten erobern und so weiter. Das ist aber ganz am Ende von Daniel 11. Hier sind wir aber erst in Daniel 9. Und der Blick von Daniel, der geht zu Antiochus Epiphanes, ja, der Engel zeigt ihm den Antiochus Epiphanes. Und der hat Schlachtopfer und Speisopfer abgetan. In einer Woche. Ich zeige euch gleich, wo man die anordnet, ja? Okay, also man rechnet von Ataxerxes im Jahr 445 vor Christus. Warum überhaupt? Naja, weil das eigentlich nur von da aus passt, ja? Aber ich zeige euch gleich, wie man das macht. Und man rechnet sieben Jahre und sagt, hier war Jerusalem fertig, fertig gebaut. Der Engel hat aber nicht gesagt, es sind sieben Wochen, bis Jerusalem wieder fertig gebaut wird, oder? Was hat der Engel noch gesagt? Nach sieben Wochen kommt ein Gesalbter. Wieso sagt man denn, dass da sieben Wochen Jerusalem fertig wäre? Zeige ich euch. Deswegen baue ich hier was auf, ja? Das wird so gepredigt. Warum man das predigt, ist eigentlich relativ einfach, weil man ja 67 Wochen miteinander addiert. Jetzt muss man aber erklären, warum hier eine Zäsur ist. Warum hat der Engel denn nicht gesagt, 69 Wochen? Warum sagt er denn sieben und 62 Wochen? Dann sagt man, ja gut, das ist eine Pseudo-Erklärung, man sagt, naja gut, nach 49 Jahren war Jerusalem fertiggestellt. Das ist aber historisch falsch. Jerusalem war hier vorne schon fertiggestellt. Das ging relativ schnell. Ja, im Buch habe ich das Detaillierte ausformuliert. Aber das ist die Begründung, die man dann hat. Wenn man bei Adaxerxes anfängt und so rechnet, dann kommt man ins Jahr 32 nach Christus. Mit einem kleinen Trick. Ja, man nimmt einen kleinen Trick dazu. Zeige ich euch gleich auch, wie das geht. Ja, und dann kommt hier der Antichrist in der letzten Endzeitphase und dann zum Schluss kommt Christus wieder und das tausendjährige Reich beginnt. Das ist das, wie man das normalerweise heute zeigt. Das hört ihr überall. Ja, und man macht aus 62 und 7 macht man 69 Jahrwochen. Jetzt schauen wir uns mal den Text an. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und deine heilige Stadt. Also hier haben wir schon mal die 70 Wochen im Text. So wird dem Übertreten gewährt, die Sünde abgetan, die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichte und Weissagen versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder gebaut werden, Befehl, Jerusalem soll wieder gebaut werden, bis zur Fertigstellung Jerusalems sind sieben Wochen. Steht das da? Nein, das steht da nicht. Warum sagen die das dann? Da steht, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den gesalbten oder eigentlich müssen wir sagen, bis auf einen gesalbten Fürsten sind sieben Wochen. Das heißt, es gibt einen Befehl, Jerusalem soll gebaut werden und nach sieben Wochen soll ein gesalbter Fürst kommen. Das steht hier. Aber warum sagt das dann niemand? Weil das nicht in die Theologie passt. Ja? Das passt nicht. Und deswegen drückt man das dann anders aus, ja? Und Semi-Kolon hier, Etnach, ja? Und 62 Wochen oder 62 Wochen lang, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wie wohl in kümmerlicher Zeit. Jetzt sagt Roger Liby zu Recht, das ist doch nie so gewesen. Ja? Das ist doch nie gewesen, dass jetzt nach Ataxerxes, sieben Wochen nach Ataxerxes, 49 Jahre, ein gesalbter Fürst gekommen wäre. Das war nie so. Und Jerusalem war auch nie 62 Wochen lang aufgebaut, 434 Jahre. Es war ja länger, es war ja bis 70 nach Christus. Und Liby sagt, auch nicht ganz zu Unrecht, das passt doch historisch überhaupt nicht. Wir machen das anders, das muss man passend machen. Die Übersetzung ist hier falsch. Wir müssen 67 Wochen addieren, dann muss der Semi-Kolon hier weg und dann muss das, der Punkt muss hier hinter 62 Wochen und dann passt, dann rechnen wir das so von Ataxerxes aus. Das ist der Grund, warum man das so übersetzt. Also wir haben hier die 70 Wochen, wir haben hier die sieben Wochen, hier haben wir 62 Wochen und hier war noch eine letzte Woche. Also sind die 70 Wochen aufgeteilt in drei Fristen, nicht in zwei, in sieben, 62 und eine. Warum addiert man die zwei? Jetzt der übliche Rechenweg. Jetzt wird es spannend. Jetzt rechnen wir nämlich mal. Wir rechnen einfach mal mit. Also wir rechnen von Ataxerxes 445 Jahre und wollen 32 nach Christus, da wollen wir hinkommen. Wenn wir das antragen hier bei Ataxerxes, wir nehmen gleich noch zwei andere Datums, wo es auch einen Befehl gab, Jerusalem aufzubauen. Wir müssen ja vom Befehl ausgehen, wann Jerusalem aufgebaut wurde. Dann nimmt man Ataxerxes, und wenn man das hier rechnet, dann kommt man ins Jahr 38 nach Christus. Oh, das ist aber blöd. Wir wollen ja 32 nach Christus. Jetzt müssen wir das passend machen. Das ist ja zu lang, die Frist. Ihr könnt das auch rechnen, 483 Jahre, also 49 Jahre und 434 Jahre, wenn man das addiert, diese ganze lange Frist, dann kommt man auf 483 Jahre. Und wenn ich 483 Jahre rechne, hier von 445, dann komme ich auf 38 nach Christus. Jetzt rechnen wir mal. Und dann sehen wir, das passt ja noch nicht so richtig. Und jetzt nimmt man einen Trick. Man muss das ja verkürzen. Wir wollen ja nicht hier hin, wir wollen hier hin. Die ganze Frist muss man schrumpfen. Die muss man stauchen. Das muss gepresst werden. Das Problem dabei ist nur, wir haben dann keine 69 Jahrwochen mehr. Wir haben dann nur noch 68 Jahrwochen. Oder um genau zu sein, 68,04, 05. Man staucht das, damit das passt. Mal so eine kleine Frage. Müssten wir dann die 70. Jahrwoche nicht auch stauchen? Na, eigentlich schon. Warum macht man das dann nicht? Warum macht man es hier und dort nicht? Versteht ihr, das ist voller Fehler. Um das mal ganz frontal zu sagen. Das ist Fusch am Bau. Wenn man so ein Haus bauen würde, da kommt das Wasser aus allen Leitungen raus und ihr habt Risse von oben bis unten. Da will keiner einziehen. Da zieht es und alles. Das ist das, was uns hier aber gezeigt wird. Und das wird im Brustton der Überzeugung gezeigt. Und wenn ich das kritisiere, kriege ich Ärger. Ja, die schimpfen mich dafür. Da sage ich, wieso? Aber guckt doch, ihr macht doch gar nichts Gutes eigentlich damit, der ganze Sache. Und es wird noch doller, ja? Jetzt, wie macht man das? Man muss das ja umrechnen irgendwie. Man muss das kürzen. Jetzt sagt man, es gibt ein sogenanntes prophetisches Jahr und das hat halt nur 360 Tage. Das Sonnenjahr hat 365,25, aber die Bibel hat angeblich ein prophetisches Jahr mit nur 360 Tagen. Das gibt es nicht. Das macht man sich so passend, weil man sagt, in der Offenbarung ist die Rede von 1260 Tagen und es sind ja dreieinhalb Jahre oder 42 Monate. Also teile ich 42 Monate, nee, 1260 Tage durch 42 Monate, dann komme ich auf 30 Tage. Na gut, sage ich, das macht ihr zwar. Problem ist nur, die 1260 Tage sind die erste Hälfte der Jahrwoche und die dreieinhalb Jahre, die 42 Monate sind die zweite Hälfte der Jahrwoche. Das dürft ihr nicht durcheinander teilen, weil es nicht der gleiche Zeitraum ist. Ja? Das sind alle so Sachen, wenn man da näher, das ist wie bei Corona, je näher man ranguckt, desto mehr sieht man, dass es gelogen ist. Und das finde ich eigentlich erschütternd. Und der Rabbi, der lässt hier überhaupt kein gutes Haar dran. Und ich sage, wenn wir Pastoren nicht mehr wüssten oder die Pastoren nicht mehr wissen als das, das ist zu wenig. Das kann ja sogar ein Rabbiner umwerfen. Ja? Gut, er macht es selber auch nicht besser, ja? Aber er kann zumindest mal zeigen, dass das nicht stimmt. Das heißt also, man rechnet 69 Jahre Wochen mal sieben Jahre macht 483 Jahre. Das haben wir ja eben schon gehabt. Und jetzt rechnet man die um 483 Jahre, jetzt rechnet man mal 360 Tage, ein angeblich prophetisches Jahr, und kommt auf 173.880 Tage. Ihr könnt jetzt im Internet gucken, Liby rechnet das auch vor. Und alle anderen auch. Auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch kriegt er überall, ja? Alle rechnen das hier. So, 173.880 Tage teilt man jetzt wieder durch 365 Tage. Eigentlich durch 365,25. Ja, wenn man genau wäre. Wenn man etwas mit etwas Kleinem multipliziert und durch etwas Großes teilt, dann kommt etwas Kleineres raus, als man am Anfang hatte. Einverstanden? Ja? Dann kommt man auf 476,38 Jahre. Und das trägt man hier an, und dann kommt man ins Jahr 32 nach Christus, wie ist die Bibel doch so genau. Dann freuen sich alle, wir beten. Ja, das ist schlimm, ja? Was macht man denn da? Hat der Engel das gesagt? Hat der Engel gesagt, ihr müsst es umrechnen? Da muss man Schaltjahre berücksichtigen. Da muss man das Jahr 0 irgendwo auch berücksichtigen, weil das Jahr 0 existiert ja nicht. Das gibt es nicht, ja? Welchen Kalender nimmt man denn da an? Das ist alles schwierig zu beurteilen. Außerdem referenziert man auf ein Todesjahr Jesu, was niemand kennt. Niemand weiß, ob Jesus 32 nach Christus gestorben ist. Das weiß man nicht. Was man weiß, ist, dass Jesus nicht im Jahr 38 nach Christus gestorben sein kann, wegen verschiedener römischer Kaiser, die dann nicht mehr regiert haben. 38 ist zu lang. Also rein dich oder ich fress dich. Ich muss jetzt stauchen. Dann nehmen wir prophetische Jahre, die es nicht gibt, ja? Und rechnen das um, so lange bis es passt, und sagen, Jesus ist im Jahr 32 nach Christus gestorben worden, wo aber niemand wirklich weiß, dass es nicht verbirgt. Jesus ist irgendwo gelünscht worden und in den Gartenkrab, und da war der weg. Da hat niemand aufgeschrieben, wann das war, ja? Die waren froh, dass er weg war. Wer sollte das denn aufschreiben, in welchem Jahr das war? Das ist ja das Fatale. Wir wissen auch nicht, wann Jesus geboren wurde. Wir wissen nicht, wann er geboren wurde und nicht, wann er gestorben ist. Auf welches Jahr wollen wir denn dann referenzieren, dass es so exakt ist? Das ist dann eine Chimäre, ja? Kaninchen aus dem Hut. Mehr ist das nicht. Das ist fatal. Die Rabbiner spotten über uns, sagen, ihr wisst ja nicht mal, wann Jesus geboren wurde und wann er gestorben ist. Ich sage, genau, ihr wisst ja nicht, wann er in der Tente zerstört wurde. Wissen die auch nicht. Die glauben nämlich 69 nach Christus. Sind sie aber nicht sicher, ja? Die spotten über das. Unsere Auslegung muss mehr aushalten und die muss auf den zweiten und dritten Blick auch immer noch stimmig sein, ja? Damit das stabil ist, weil da will man ja was aufbauen drauf, ja? Das ist ja Prophetie. Das muss ja stimmig sein, ohne dass das einfach so hingerechnet oder hingestaucht wird. Also dieses Pseudo-Argument hat man dann immer noch eingeführt, weil viele sagen jetzt, okay, das haben wir jetzt mit Mühe und Not hingekriegt, waren wir zwar nur noch 68 Jahrwochen, aber einverstanden, ja? Ismail ist zur Welt gekommen, der gilt irgendwie auch, ja? So ist das hier auch. Jetzt fragen aber viele, ja gut, aber wieso denn hier so eine Zäsur nach 49 Jahren? Ja, sag mal, da ist Jerusalem fertig gebaut worden, im Jahr 369 vor Christus. Wann ist denn eine Stadt fertig gebaut, wenn das letzte Grundstück gebaut ist, oder wie soll ich das denn mir vorstellen? Haben die fast 50 Jahre an Jerusalem gebaut, die haben innerhalb von zwei Jahren ganz Judah bebaut. Das sind ja zigtausende aus der Gefangenschaft zurückgekommen, das ging schnell. Und davon sind dann die Juden nach Jerusalem rauf und haben die Stadt gebaut. Und so ein Haus war innerhalb von drei Monaten fertig. Ja, du brauchst ja keine Wärmeschutzverordnung von 1995 oder 2003 einzuhalten, ja? Solar und was weiß ich nicht, auch Unterkellerung. Das waren Lehmhütten, Flachdach, nächstes Haus. Und da haben tausende geholfen zu bauen, weil sie froh waren, dass Jerusalem wieder gebaut wurde, ja? Das hat keine 50 Jahre gedauert. Das war nach zwei bis drei Jahren fertig. Aber das ist so ein Pseudo-Argument. Ich schmunzle da immer drüber, wenn ich das höre, ja? Aber das ist ja nichts wirklich Seriöses, was man da tut. So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht, der Befehl, dass Jerusalem soll gebaut werden, bis auf den Gesalbten oder bis auf einen Gesalbten Fürsten sind sieben Wochen. Nicht bis zur Fertigstellung Jerusalems. Ja? Das heißt, die Frist ist zwischen dem Befehl, den übrigens Gott gegeben hat und kein heidnischer König, das gefällt mir gut, ja? Sehen wir aber gleich. Zwischen dem Befehl, da steht auch nicht Befehl im Griechischen, da steht Dabar. Das Wort geht aus. Kein Befehl. Warum übersetzt man den Dabar mit einem Befehl? Naja, weil das ein Dekret war von Ataxerxes. Und dieses Dekret will man mit dem hebräischen Dabar in Übereinstimmung bringen und dann übersetzt man nicht von der Zeit an, da das Wort ausging, Jerusalem soll wiederum gebaut werden, sondern man übersetzt mit einem Befehl. Aber im griechischen, im hebräischen steht Dabar. Ihr könntest nachgucken. Ja? Da steht das Wort ging aus. Und zwar das Wort, das ausgeht bis auf den Gesalten, das ist die Zeitspanne. Aber alle sagen, nö, da ist Jerusalem wieder gebaut worden. Dann fragt ich mich immer, habt ihr den Text gelesen? Oder habt ihr vom Text schon ganz abgelöst? Zugunsten eines Modells, was ihr vorstellen wollt, ja? Ist das Herrschaftswissen? Was man eifersüchtig hütet, weil man das auf der Bibelschule gelernt hat, ja? Weil man sich gegenüber einem Publikum, was relativ schlecht informiert ist, ein bisschen darstellen will? Ist es das? Ich frage das nur mal so. Das könnte ja durchaus sein, ja? Wer nimmt, macht sich dann auch die Mühe und rechnet das nach, ja? Da muss man ja Rentner sein für, ja? Da hast du ja gar keine Zeit für, wenn du acht oder zehn oder zwölf Stunden arbeitest, am Tag und kommst abends müde heim, sich mit alten hebräischen Texten aus, das macht ja keiner, ja? Aber wenn man das mal macht, fällt man in ein Loch rein. Und das finde ich so fatal, ja? Und es reicht ja nicht, das zu kritisieren. Man muss ja auch ein Angebot abgeben, was man stattdessen hinsetzt. Das ist ja die Kunst, wenn man das als Kunst überhaupt bezeichnen will, ja? Der Aufbau der Mauer in Jerusalems geschah unter Nehemiah im Jahr 445 bis 443, hier. Aber man staucht das dann hier. Habe ich nicht ganz richtig gemacht, ja? Das müsste eigentlich auch gelb sein. Man hat ja die ganze Frist gestaucht, von hier bis hier, ja? Ja, also der Pfeil ist gestaucht und der hier auch, ja? Das sind dann also keine 62, sondern nur noch 61 Jahrwochen. Dann sind das aber auch keine 69 mehr, sondern nur noch 68 Jahrwochen. Nur mal für den Hinterkopf, für gleich. Wollte das der Engel, dass man so Kapriolen da veranstaltet? Hat er nie was von gesagt, ja? Also ich glaube, dass diese Rechnung hier äußerst fragwürdig ist, die man da macht, ja? Also der Engel sagt halt, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem gebaut wird, bis auf den Gesalten, den Fürsten. Das ist die Vorgabe, die wir haben. Und die Frage ist ja dann auch noch die, warum rechnen wir denn überhaupt von Ataxerxes aus? Es gab ja noch zwei andere Edikte. Darius hat ein Edikt gegeben und Kyros. Ach so. Das heißt, wir haben drei Edikte, genau. Wenn man genau sein will, haben wir noch ein viertes. Aber man nimmt den Ataxerxes, obwohl der der letzte ist, der dieses Edikt rausgegeben hat. Jetzt machen wir Folgendes, wir versuchen mal, ob das mit Kyros geht und mit Darius und wo man da auskommt. Wenn man von Kyros rechnet, 559, 49 Jahre, 510 vor Christus, da kam kein Gesalbter. Und Christus kam auch nicht im Jahr 76 vor Christus. Das passt nicht. Kann man stauchen, wie man will. Darius, 537, kommt man hier hin, da ist kein Gesalbter gekommen und Christus ist sich 54 vor Christus gestorben. Passt auch nicht. Jetzt nehmen wir den dritten. Da kommt man auf 396 vor Christus. Da denkt man uns was aus, was da gewesen ist. Aber hier kommen wir schon mal in die Nähe. Dann nehmen wir das und passen das ein bisschen an. Das heißt, man nimmt Ataxerxes nur aus einem Grund, weil nämlich die Umrechnung so passt. Die vermeintliche Umrechnung auf ein vordefiniertes Ziel, was man nicht kennt. Ich bin also mit dem Schiff nachts unterwegs im Nebel und navigiere zu einer Insel, wo man nicht weiß, wo die ist. Das ist das, was man hier tut, oder? Das ist das, was man hier tut. Und das ist zu wenig. Also wir machen jetzt was anderes. Wir nehmen einen anderen Zeitpunkt. Und versuchen mal von dort auszurechnen. Und wir nehmen den Zeitpunkt 605 vor Christus. Warum? Der Daniel hat ja gelesen im ersten Jahr vom Darius. Im Jahr 539 vor Christus. Und er merkt auf die Zahl 70. Und er liest in Jeremia in Kapitel 25 von diesen 70 Jahren. Jeremia hat zwei Kapitel, die von 70 Jahren sprechen. Jeremia 25 und Jeremia 29. Aber dass Jerusalem wiederkommt, das steht eigentlich nur in Kapitel 29. Warum? Weil Jeremia in Kapitel 29 einen Brief schreibt an die Exzellenten in Babylon und ihnen dort erklärt, was ihnen Gott im Kapitel 25 gezeigt hat. Jeremia spricht von dem gleichen Ereignis. Dieses Kapitel 29 weiß man nicht, wann das geschrieben wurde. Aber Kapitel 25 hat man drei Zeitangaben gleich zu Beginn in dem Kapitel. Alle Zeitangaben weisen auf das Jahr 605 und dort geschieht auch ein Wort, ein Dabar an Jeremia von Gott. Das ist aber mal interessant. Das heißt also, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes dieser Haspharos, in diesem ersten Jahr seines Königreichs, merkte ich Daniel in den Büchern, in dem Kanon, der damals existierte, auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte, zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Er macht seine Bibel auf und liest, was geschrieben steht. Das ist immer gut. Und jetzt steht in Jeremia 25, hier steht das Wort Dabar, nicht Dekret, nicht Befehl, sondern ein Wort, was geschieht zu Jeremia von Gott. Dies ist das Wort, welches zu Jeremia geschah über das ganze Volk Judah im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Hoseas, erste Zeitangabe, des Königs in Judah, welches ist das erste Jahr in den Bukadnezars, des Königs zu Babel, zweite Zeitangabe. Wir haben also hier schon zwei Zeitangaben davon, wann dieses Wort Gottes geschehen ist, nämlich im vierten Jahr eines jüdischen Königs und im ersten Jahr eines heidnischen Königs und im 23. Jahr eines jüdischen Propheten. Das kommt später nochmal. Wir haben drei Zeitangaben, die aufs Jahr 605 verweisen. Warum ist das in dem Kapitel so? Hätte da nicht eine genügt? Warum ist da überhaupt eine Zeitangabe? War das Gott wichtig, wenn das dreimal wiederholt wird? Okay, das ist das Wort. So wissen und merken, von der Zeit ausgeht das Wort, nicht der Befehl. Von der Zeit an, da Dabar ausgeht und das Dabar, das ist das hier. Da ist das Wort Gottes zu Jeremia geschehen, über die Rückkehr Jerusalems. Das heißt also, wir haben hier den Text, dieses Wort, das zu Jeremia geschah über das ganze Volk von Judah, im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Judah. Das ist das erste Jahr Nebukadnezar, des Königs von Babel. Der Prophet Jeremia sprach zu dem ganzen Volk von Judah und zu allen Bürgern Jerusalems. Vom 13. Jahr des Josia an, des Sohnes Ammons, des Königs von Judah, ist das Herrnwort zu mir geschehen, bis auf diesen Tag. Und ich habe nun zu euch 23 Jahre lang immer wieder gepredigt, aber ihr habt nicht gehört. Wie die Pastoren, die haben nicht gehört. Die haben das gelesen und fangen sie an zu rechnen. Irgendwas? Also das dritte Zeitangabe ist das 13. Jahr Josias. Josia hat regiert von 640 bis 609. Das 13. Jahr war im 13. Jahr 628, nicht nach 13 Jahren, im 13. Jahr. Und wenn man dann 23 Jahre abzieht von Jeremias Dienst, kommt man ins Jahr 605, 605, 605. Das ist eine ganz feste Definition. Deswegen rechne ich von 605, weil in dem Jahr ein Wort an Jeremia geschehen ist. Von Gott, von Gott, dass Jerusalem wiederkommen sollte. Und jeden, der diese 70-Jahr-Wochen da berechnet, den frage ich, das Gebot, dass Jerusalem wieder gebaut wird, ist der lieber, dass das von einem heidnischen König kommt oder dass Gott den Befehl gibt, seine Stadt wieder zu bauen? Wähl doch. Dann müssten alle jetzt einen heidnischen König wählen. Das wäre eine gottlose Variante, oder? Merkt ihr, das ist überall fishy, sagt der Amerikaner. It smells fishy, ja? Okay, also wir rechnen von 605. Und was sollte noch nach 49 Jahren passieren? Ein Gesalbter sollte kommen. Also rechnen vom Jahr 605 49 Jahre und kommen ins Jahr 556 vor Christus. Und da kam Kyros. Ungefähr. Man weiß nicht genau, wann der Kyros kam, als Gesalbter Fürst. Der Kyros ist aufgetreten 559, das ist bezeugt, 559 vor Christus, als ein Unterkönig unter Astiages. Astiages war ein persischer König, der sehr unbeliebt war. Und der Kyros war sehr beliebt. Und irgendwann haben sie den Astiages gestürzt und dann ist Kyros zwischen dem Jahr 559 und 555 König geworden von Persien. Das passt mit unserer Vorhersage hier. Das liegt innerhalb der Spanne. Also wäre die Berechnung auf drei Jahre ungenau oder die Historie ist auf drei Jahre ungenau. Ja? Aber ich würde mal hier dem Wort Gottes den Vorrang geben. Das ist auch historisch, passt das, ja? Kyros wurde dann zwischen 559 und 555 König von Persien und die Bibel sagt, es war im Jahr 556. Das ist ja schon mal spannend. Aber die Frage, war der denn ein Gesalbter? War Kyros ein Gesalbter? Ja, natürlich. Ja? Das steht ja in Jesaja, ja? Ja? Da steht ja, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros. Jesaja schreibt das im Jahr 800 vor Christus. Eingetreten ist das im 6. Jahrhundert vor Christus. Zwei Jahre vorher nennt Jesaja Kyros beim Namen. Das ist die persische Schreibweise, das ist die griechische oder die hebräisch-griechische Schreibweise, ja? Das heißt, Kyros ist laut heiliger Schrift ein Gesalbter. Das ist jetzt interessant. Ein Maschiach. Ein Maschiach Nagit. Das heißt also, der Kyros kam zunächst als Fürst und wurde dann ein Gesalbter. Ja? Wurde dann König. Aber er ist der Gesalbte des Herrn. Das heißt, bei der Rechnung kommt nach sieben Jahrwochen ein Gesalbter. Da ist er. Und das ist schon mal spannend. Weil jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Wir machen hier vorne einen Dübel in die Wand. So ein Schwerlastanker. Wir lassen von dem Datum nicht mehr. Warum? Weil Jeremia das Kapitel nachweislich gelesen hat und weil das nachweislich mit drei Zeugen im Jahr 605 war. Das hier ist für mich ein Fixpunkt. Ja? Nicht irgendein Ataxerxes hier irgendwo, damit es irgendwie hinpasst. Sondern das ist eine Quelle aus Gottes Wort mit drei Zeitangaben. Und hier mache ich gerne drei Dübel rein in die Wand. Ja? Und hier machen wir auch einen Dübel rein. Weil da kommt ja ein Gesalbter, ja? Laut Bibel nach sieben Jahrwochen. Das ist also etwas, wo ich sage, das wäre mal unser Paradigma. Auf diesem Muster, auf diesem Fundament, auf diesem Block, da würden wir den Rest auch aufbauen wollen in unserer Argumentation. Weil das stabil ist, das hält, ja? Und jetzt machen wir Folgendes. Wir fügen da die 62 Jahrwochen an, weil es wird ja immer addiert, machen wir das auch, und gucken wir, wo wir rauskommen. Und da kommen wir ins Jahr 122 vor Christus. Aber da ist nichts passiert. Da kam kein Gesalbter, da ist Christus nicht gestorben, da ist auch kein Jerusalem fertiggestellt worden, da war nichts. Und jetzt hängen wir eigentlich, obwohl wir hier vorne das alle so fest und so schön definiert hatten, mit unserem Kyrus, hängen wir hier total in der Luft. Das ist die Frage, was machen wir denn jetzt? Genau. Ja, das wäre noch eine Variante, ja? Genau, wir haben ja nur diesen Vektor hier, ja, den. Und den können wir jetzt hier hin und her schieben, bis er vielleicht in die Geburt Christi passt. Aber dann haben wir hier eine Lücke. Das passt ja nicht, ja? Muss ja irgendwie aneinander passen, ja? Also ist die Frage, wo schieben wir den denn jetzt hin? Und was wäre denn, wenn wir den auch von hier vorne anfangen lassen? Wir schieben den auch hier vorne hin. Und wir sehen daher, dass das im Text steht. Das macht ja nicht nur aus Spaß, das steht im hebräischen Text, ja? Das heißt also, das hier, das passt noch nicht. Aber wir machen jetzt Folgendes, wir rechnen auch von hier aus. Wir rechnen nochmal, ja? Wir kehren um von dem Punkt wieder an den Anfang und rechnen jetzt auch nochmal die 62 Wochen. Merke, Daniel, vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden sollte, bis auf einen gesalbten Fürsten sind es einmal sieben Wochen und noch einmal 62 Wochen. Das steht im Text. Da steht nochmal, Kehrum steht da. Ich zeige euch das gleich, ja? Das hat mich umgehauen, als ich das gesehen habe, weil ich das erst immer gerechnet habe. Und dann habe ich so einen Versuch gemacht und habe gesagt, versuch doch mal, was passiert, wenn du das von hier aus rechnest. Und da war ich vollkommen geflasht, weil wir kommen ins Jahr 171 vor Christus und wisst ihr, wer da gekommen ist? Der da. Wir sehen auch gleich, warum der kommt. Der Engel, der sagt dem Daniel, Daniel, das, was du jetzt gesehen hast an Verwüstung während der babylonischen Gefangenschaft, das ist noch keine Verwüstung. Da kommt eine Verwüstung über Israel, die ist groß, die bleibt bis zum Ende und es gibt einen Gräuel der Verwüstung. Und den Gräuel der Verwüstung, den wird der hier anrichten. Das sagt der Engel zu Daniel. Und die beiden hier, die kommen in der Endzeit wieder. Das sind die beiden großen Exponenten, nämlich Antiochus Epiphanes als Typus oder der als Typus für den Antichristen und der hier als Typus für die Könige vom Euphrat, die ja auch nochmal kommen. Der Engel zeigt ihnen diese beiden hier mit den beiden Berechnungen, weil er sagt, die beiden kommen wieder und die werden das ganze Land verwüsten, bis niemand mehr in dem Land drin ist. Das moderne Israel, was wir heute kennen, geht nochmal in eine babylonische Gefangenschaft, in eine iranische Gefangenschaft und die wird so schlimm sein, dass sie glauben, sie wären in Gräbern begraben. Und wenn Christus wiederkommt auf den Ölberg, wird er Israel aus dieser Gefangenschaft zurückführen. Das ist der Segel 37, 38. Nicht 1948. Da wird was vorweggenommen, was überhaupt nicht passt, müsste man in Ruhe lesen. Aber nur mal so als Gedanke. Diese Verwüstung kommt noch und die wird der endzeitliche Typus, der wird die anrichten, sagt Jesus. Der wird dann Gräul der Verwüstung anrichten. Manche sagen aufricht, aber die wollen uns nicht verzetteln jetzt. Okay, also das wäre jetzt das, wie der Text hier steht und wie man übersetzen müsste. Man sagt also, so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder herzustellen, Wort Dabar, und zu bauen, bis auf einen gesalbten, einen Fürsten, oder eigentlich bis auf einen gesalbten Fürsten, sind sieben und 62 Wochen, so wird immer übersetzt. Straßen und Gräben werden wieder hergestellt und gebaut werden und zwar im Drangsal der Zeiten. Das ist das, was man immer hört. Aber wir würden das einfach mal anders übersetzen wollen und zwar so. So wisse denn, verstehe vom Ausgehen des Wortes Dabar, dass Jerusalem zurückkommt, heißt es eigentlich hier, und gebaut wird, bis auf einen gesalbten Fürsten sind einmal sieben Wochen und noch einmal 62 Wochen und zwar vom gleichen Zeitpunkt an. So müsste man, man darf das grammatisch. Es ist nicht nur erlaubt, es ist angezeigt, weil wie das hier übersetzt wird bisher, das ist so falsch, weil man einen Plural mit einem Singular mischt, weil man Perfekt mit Imperfekt mischt, weil man diese Zuordnung der Worte vollkommen falsch vornimmt und auch zu einem falschen Ergebnis kommt. Und dass man das so rechnet und das am Text sehen kann, das ist interessant für die Bibelübersetzer. Und ich habe mit jemandem gesprochen, das ist ein absoluter Fachmann, der hat den Vorteil, dass er noch keine Auslegung dazu gemacht hat. Der hat noch kein exegetisches Buch über Daniel geschrieben. Das heißt, der muss sich noch nicht korrigieren. Im Gegenteil, der hat ein Problem, dass der Text so schrullig übersetzt wird und so gequetscht wird, wie die Berechnung auch. Da wird ein Perfekt mit einem Imperfekt, ein Plural mit einem Singular, ein Maskulin mit einem Feminin, das wird alles vireinander gemengt und gemischt und das darf man alles grammatisch nicht machen. Und der Mann hat ein Problem damit, er will ja eine gute Arbeit abliefern. Aber er hat bisher keine Lösung, warum er wie übersetzen soll, weil manchmal muss man den Text, die Bedeutung des Textes kennen, um den sauber zu übersetzen. Und er hat nur eine Grafik gesehen, weil ich die Grafik vorne auf das Buch gemacht habe, ich zeige euch die auch gleich, und dann wusste der sofort Bescheid, weil der Fachmann ist. Ich muss ihm das nicht lange erklären. Der weiß direkt, was ich meine, weil ich dem nämlich ein hebräisches Wort gezeigt habe, das Schub, das Taschub. Und das zeige ich euch auch mal hier, weil man findet das nämlich im Text vom Ausgehen des Wortes of the command to restore and build Jerusalem. Hier steht auch Kommando. Seht ihr, dass da Dabar steht? Dabar, das Wort. Hier übersetzt man aber Kommando, hier müsste ich den of the word, vom Wort, to restore, um wiederherzustellen und zu bauen, Jerusalem, until Messiah, the Prince. Hier steht nicht Hamashiach, Hanagit. Ja? Hier steht nur Maschiach, Nagit. Und Maschiach ist ein Adjektiv und kein Hauptwort. Ich habe das doch gesagt eben, ja? Das heißt nicht, bis zu dem Gesalbten. Das heißt, bis zu einem Gesalbten Prinzen. Sie übersetzen hier im Englischen trotzdem anders, weil sie sonst so viele Zuschriften bekommen. Ja? Aber sie müssen um der Wahrhaftigkeit schon zugeben, dass Messiah ein Adjektiv ist, Maskulin Singular, ein Adjektiv, Moun Maskulin Singular, Hauptwort, ja? Bis zu einem Gesalbten Fürsten, ja? Bis zu einem, nicht bis zu dem, bis zu Kyros, nicht bis zu Christus. Ja? Wer shall be, da sollen sein Wochen sieben und Wochen 62 Wochen again. Taschub. Nochmal. And shall be built the street and the wall und soll gebaut werden die Straße und the Harus, das ist eigentlich der Graben, der Stadtgraben. Sie übersetzen das Mauer. Warum übersetzen Sie Mauer? Naja, weil Adraxerxes ja gesagt hat, die Mauer darf gebaut werden, oder? Sie übersetzen hier mit the wall. Aber eigentlich steht hier Platz und Graben. Rehob und Weharus ist Platz und Graben. Singular. Ja? The street and the wall, Noun Maskulin Singular, Noun Feminin Singular und mit dem Noun Feminin Singular und Maskulin wird das hier verkuddelt, ja? Dieses Again steht im Imperfekt und hier unten, das steht im Perfekt. Ja? Zu bauen. Wiedergebaut werden. Bauen steht im Perfekt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ja? Und Tashub steht im Imperfekt. Das darf man nicht miteinander mischen. Und es wird übersetzt im Deutschen, sind sieben Wochen und 62 Wochen und Jerusalem wird wieder gebaut werden. Again shall be built. Das wird im Deutschen zusammengenommen. Das darf man nicht miteinander verbinden. Das hier, das gehört woanders hin. Ich zeige euch das gleich, wohin das gehört. Denn der Punkt ist der, dieses Tashub kommt von dem Wort 7725, von Schuf, Schub, Schuwa. Die Juden sagen, wenn ein Jude Schuwa macht, dann kehrt er um zum Judentum. Tashub heißt Umkehr. Tashub, Schuwa, Schuwa. Schäa, Schub, kennt ihr auch, ist einer der Söhne Jesajas. Heißt, ein Überrest wird umkehren. Abraham sagt, wenn wir angebetet haben auf diesem Berg Moriah, dann werden wir wiederkommen, der Sohn und ich. Dieses Wiederkommen heißt Schub, Schuwa, Tashub, wir kehren um, wir kommen wieder zurück. Das steht dort. Und das steht mehrfach im Text. Was wir machen ist, wir rechnen von 605, sieben Wochen und dann kehren wir zurück und rechnen nochmal 62 Wochen. Versteht ihr das? Was wir eben gemacht haben, dass wir das zweimal rechnen, das steht hier im Text und das wird immer falsch übersetzt. Und das Bild hiervon, das habe ich diesem Herrn geschickt und habe gesagt, schauen Sie doch mal drauf. Da hat er da drauf geguckt und hat gesagt, bingo. Und dann hat er angefangen zu lesen und schreibt mir die Mail zurück. Weil der weiß, was hier läuft. Und jetzt guckt mal, dieses Wort hier, Tashub, hat die Nummer, die Worte sind alle durchnummeriert im Hebräischen, mit Strong-Nummern. Gab es mal einen Herr Strong, der hat die Worte alle durchnummeriert, die griechischen und die hebräischen. Und hier sieht man, dass dieses Tashub die Nummer 7725 hat, ja? Seht ihr das hier oben? Da steht ja nochmal Schub in einer anderen Beugung. Was heißt das denn? vom Ausgehen des Wortes, dass Jerusalem zurückkehren wird und gebaut wird. Ach so, das steht da. Ja, das steht da. Da steht vom Ausgang des Wortes, nicht vom Befehl, um Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen. Da steht da nicht. Da steht vom Ausgehen des Wortes, dass Jerusalem zurückkehrt. Tashub 7725, kehr um, noch einmal, wieder kehrt, kehr zurück, ja? Dass Jerusalem zurückkommt und gebaut wird, bis auf einen Gesalten. Das steht im hebräischen Text. Das ist jetzt aber spannend. Das heißt, wir haben ja in dem Text zweimal Tashub, zweimal Shuba, zweimal umkehren. Jerusalem kommt zurück und kehr mit den 62 Wochen, 62, kehr damit auch nochmal zurück. Wohin denn? An den Anfang der Berechnung. Das heißt, das, was ich gerechnet habe, das habe ich nicht nur einfach mal so. Am Anfang habe ich dir so hin und her geschoben, sag, wohin denn damit? Und dann habe ich gedacht, okay, mach doch mal von hier. Oh, sag, kommst du Antiochus Epiphanes? Antiochus Epiphanes ist aber doch im kommenden und übernächsten Kapitel doch der Mann, der Stunde, ja? Da wird ja, da wird ja Riesenplatz eingeräumt. Dann spricht das wohl von Antiochus. Dann weiß das nicht auf Christus, sondern auf den Antichrist. Da müsste ich ja von 605 zweimal rechnen. Und dann habe ich es angefangen, mal aufzuschreiben, ein bisschen aufzubereiten, mir so ein Video zu machen zu und so weiter. Und eines Tages habe ich mich da mit dieser Internetseite beschäftigt und habe gesehen, hier steht Taschub und es heißt Kehr um. Wenn wir am Berg angebetet haben, kommen wir zurück. Ich und Isaac, sagt Abraham. Wir kommen nach, wir kommen noch mal zu Isaac. Oh, das steht im Text. Habe ich nächtelang dran gearbeitet. Das hat mich nicht in Ruhe gelassen, ja? Und dann sieht man plötzlich, dass hier oben auch noch mal Taschub steht. Noch mal 7725. Jetzt übersetzen die hier oben, aber vom Ausgehen des Befehls, wiederherzustellen, Jerusalem. Warum nehmen die denn da wiederherstellen? Weil die das hier unten auch zusammengefasst haben. Wiederherstellen. Ja? Platz und Graben sollen wiederhergestellt werden. Die nehmen nämlich bei der Übersetzung des Taschub und des Venibnetat zusammen, obwohl das im Perfekt und das im Imperfekt steht, das darf man grammatisch nicht. Die wissen sich aber keine andere Lösung und deswegen fassen die das hier, das Taschub und das Venibnetat zusammen und übersetzen wiedergebaut. Und weil die hier wiedergebaut übersetzen, übersetzen die auch hier wiedergebaut. Das ist der Grund. Ja? Weil sie hier nämlich so ein Problem gehabt haben und nächtelang zusammengesessen haben in ihren Übersetzungskommissionen und nicht wissen, was sie damit machen sollen und auch nicht zufrieden sind mit dieser Übersetzung und das aber trotzdem so übersetzen müssen. Irgendwie haben sie gesagt, dann müssen wir das hier oben aber auch machen, weil hier haben wir ja auch einen Schub. Da müssen wir ja auch Restore übersetzen und nicht wiederkehren. Und jetzt sind wir ganz nah im Text. Jetzt sind wir ganz tief drin. Das macht man ja sonst nicht in Bibelstunden. Aber jetzt sind wir mal so richtig, jetzt gehen wir beim Zahnarzt, geht man bis auf den Nerv, bis es so richtig wehtut. Ja? Und wir demontieren jetzt auch die evangelikale Auslegung und wir zeigen, warum das so schräg übersetzt wird. Und der war froh darüber, weil der weiß, dass das nicht zusammenpasst. Dieses Taschub hier ist ja imperfekt. Und das ist ein Perfekt. Du darfst das nicht mit wieder übersetzen. Wie müsste man das denn übersetzen? Man müsste hier eigentlich sagen, das ist ja dritte Person, feminin, singular, 3FS. Jetzt habe ich ins Stuttgarter Bibelinstitut geschrieben, weil ich versuche, das so sauber zu arbeiten, wie ich das halt kann. Und habe gesagt, könnt ihr mir hier helfen? Könnte man das so übersetzen, vom Ausgang des Wortes bis auf einen gesalbten Fürsten sind es einmal sieben und einmal zweiundsechzig Wochen. Dann schreibt ein Herr Doktor zurück und sagt, die Frau, die Sie gerade angeschrieben haben, die hat mir vor ein paar Jahren schon mal geholfen bei einer anderen Bibelstelle und war sehr freundlich mit mir beim Standbild, hat die mir geholfen. Ich habe die angeschrieben und die Mail ist zum Herrn Doktor bekommen. Verantwortlich für die Luther-Übersetzung weltweit. Und der schreibt mir zurück und sagt, Herr Klein, so wie Sie das übersetzen, das geht überhaupt nicht. Das passt ja auch grammatisch überhaupt nicht, weil das Taschub, das ist ja dritte Person, feminin, singular. Klammer auf, das kann auch zweite Person maskulin, singular sein, aber das passt ja hier nicht, Klammer zu, mit freundlichem Gruß. Und ich sage, Bingo, das passt. Warum? Weil dieses Again, dieses Taschub, dieses Umkehren, das ist nicht dritte Person weiblich Einzahl, sie wird wiederkehren, sondern das ist zweite Person männlich Einzahl, Du Daniel, kehre wieder um. Womit? Mit meiner Berechnung? Von welcher Berechnung? Haben wir den 62 Wochen? Du Daniel, kehre wieder um. Das hier darf auch zweite Person maskulin, singular sein. Und das habe ich jetzt leider nicht, weil die Ansprache des Engels, so wisse denn und verstehe, ist zweite Person maskulin, singular. Du Daniel, wisse und verstehe. Und du Daniel, kehre um, mit den 62 Wochen wieder an den Anfang. Das ist der Hammer. Hier fällt eine ganze Dogmatik in sich zusammen und zwar mit Pauken und Trompeten. Und ich habe das halt durch Gottes Gnade, ich kann das ja nicht anders sagen, so weit getrieben, bis man ins Hebräische kommt. Und der Dr. der hat gesagt, das könnte ich ja nicht so übersetzen, das ist ja dritte Person feminin singular. Das könnte zwar auch zweite Person maskulin singular sein, aber das passt ja nicht. Doch, Herr Dr. das exakt passt hier. Der hat mir in einem Nebensatz aus Versehen die Tür geöffnet. Versteht ihr das? Ich wäre dann nie darauf gekommen, dass du im Hebräischen diese Form von der dritten Person weiblich singular als zweite Person männlich singular übersetzen kannst. Warum machen die das denn hier? Die machen das nur deswegen, weil das dann hier zu der, wo ist das hier, und zu der Straße passt, zu Rechob. Die ist nämlich feminin singular. Aber Weharus ist ja ein Hauptwort maskulin singular, da passt das ja auch wieder nicht dazu. Außerdem ist es ja Einzahl, und das ist ja zwei, Platz und Graben. Da müsste hier ja auch ein Plural stehen. Das passt vorne und hinten nicht, was da übersetzt wird. Und das war natürlich spannend, dass der das aus Versehen mir mitgeteilt hat, in Klammern. Ich will euch nur hier anzeigen, ihr könnt das im Text sehen, was wir hier machen. Das haben wir sich nur einfach ausgedacht. Man muss das beides von 605 ausrechnen und man kommt jeweils zu diesen beiden Größen. Es sind einmal sieben und einmal 62 Wochen. Und man könnte eigentlich Folgendes machen. Man könnte diese 70. Jahrwoche von hier hinten nehmen und könnte die hier direkt dranhängen. Weil der Antiochus Epiphanes von 171 bis 164 geherrscht hat. Sieben Jahre. Und er hat in der Mitte seiner Jahrwochenherrschaft ein Groll der Verwüstung angerichtet. Ihr wisst das schon, wir haben gestern darüber gesprochen. Ihr seid ja im Thema jetzt. Das heißt, ihr hört das schon ganz anders. Ihr hört, dass der Antiochus hier eine Woche regiert hat und hier hat er ein Groll der Verwüstung angerichtet in Jerusalem. Das hat Daniel vorher gesagt. Und am Ende zeigt er uns, dass das hier gemeint ist. Dass sich der Antiochus wiederholt. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr lest vom Groll der Verwüstung, wovon der Prophet Daniel schreibt, wer es liest, der merke darauf. Merke nun Daniel. Ja? Jesus hat das Daniel gegeben. Jesus hätte sagen können, ich habe das dem Daniel vor 500 Jahren gesagt. Das ist heftig, ja? Also wenn man da in die Tiefe geht, dann sieht man, da kommt ein ganz anderes Ergebnis raus. Aber das ist stimmig, ja? Das passt. Erst, wir haben eigentlich gerechnet von Jeremia, 605 vor Christus bis auf Kyros. Dann haben wir Taschub gemacht, Umkehr, Buße, Rückkehr. Wir kehren zurück, nicht zum Judentum, ja? Sondern zum Jahr 605 vor Christus. Rechnen von dort nochmal, kommen zu Antiochus Epiphanes und die Regierungszeit von Antiochus Epiphanes ist deckungsgleichs mit der antichristlichen Endzeit. Und beide werden sieben Jahre lang ihr Unwesen treiben. Das ist die Dankprophetie. Und dann wird das stimmig, auch grammatisch, historisch, prophetisch, auch im Textzusammenhang. Ich zeige euch das gleich. Und Antiochus Epiphanes hat in der Mitte seiner Herrschaft im Jahr 168 vor Christus den Tempel entweiht. Deswegen feiern die Juden ja Tempelweihe fest. Steht ja in der Bibel noch, Jesus Tempelweihe fest. Heute wird es auch Schanukka-Leuchter anzünden. Das ist Tempelweihe. Das geht zurück auf Antiochus, nicht auf Titus. Und der Antichrist hat es auch gemacht. Das heißt, es ist deckungsgleichs, es ist konkurrent. Es wird sich genau so wiederholen. Und jetzt mal noch was Spannendes. Wo war denn da der Titus? Der war hier. Die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus liegt außerhalb der 70-Jahr-Wochenordnung. Seht ihr das? Die haben hier aufgehört und die setzen hier wieder ein. Eigentlich haben die 70-Jahr-Wochen hier aufgehört, im Jahr 171 vor Christus. Oder man kann sagen, vielleicht noch hier, 164, dann war Schluss. Aber von 164 bis 70 nach Christus sind 234 Jahre. Das heißt, die Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch Titus kann nicht Gegenstand der Daniel-Prophetie sein. Warum? Weil der Engel zu Daniel sagt, 70 Wochen sind bestimmt über dich und über deine heilige Stadt. So wird gewährt und so weiter. Das heißt, der Engel sagt, Jerusalem und Israel geht diese Zeit hier an und diese Zeit, aber das nicht mehr. Das ist der Hammer. Das heißt, die Zerstörung Jerusalems durch Titus ist nicht Inhalt der Daniel-Prophetie und ich vermute sehr stark auch nicht Inhalt der Endzeitreden Jesu. Jesus schaut nicht auf Titus. Jesus schaut auf die allerletzte Endzeit. Wir müssten mal Matthäus 24 vor dem Hintergrund mal lesen, was dann passiert mit dem Text. Das ist spannend. Das heißt, die Zerstörung von Titus ist hier nicht gemeint in dem Sinne, sondern Jesus spricht von der endzeitlichen Zerstörung Jerusalems und zwar vom heutigen Jerusalem. Was wir heute sehen, das wird nochmal komplett geschleift. Das sagt euch aber niemand, weil es vollkommen gegen die evangelikale Theologie geht. Aber das liegt außerhalb von Jerusalem. Selbst wenn wir es rechnen, wie Liby rechnet. Ich habe euch nochmal die alte Rechnung hier mitgebracht. Von Ataxerxes aus sieben Jahre und 62, also sieben Jahrwochen, 62 Jahrwochen kommt man ins Jahr 32 nach Christus. Hier hören auch bei der herkömmlichen Rechnung die ersten 69 Jahrwochen auf und zwar im Jahr 32 nach Christus und erst 38 Jahre später kommt die Zerstörung des Tempels durch Titus. Auch hier liegt die Zerstörung außerhalb der 70 Jahrwochen, weil hier geht es erst wieder los. Das könnte also durchaus sein, dass die Endzeitreden Jesus sich nicht auf die Zerstörung Jerusalems durch Titus beziehen oder beschränken, sondern das, weil der Sohn Gottes dort spricht und man hier in Daniel 9 ihn ja auch ständig unterschätzt, spricht er von der endzeitlichen Erfüllung in der 70. Jahrwoche, was noch kommt, was uns vielleicht kurz bevorsteht. Wer weiß, dass wann das passiert, weiß ja niemand. Aber ich will damit nur das sagen und das ist wichtig auch für die Auslegung, der Daniel sagt, diese 70 Jahrwoche sind reduziert auf dein Volk und auf deine heilige Stadt. Aber das war eine Erfüllung, das war, Gott hat so lange mit Israel Geduld gehabt, bis sogar schon die Römer im Land waren, bis Japheth Sem besiegt hat und übernommen hat. So lange hat Gott gewartet und als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Da kommt dann Christus. Und natürlich war Jesus zur Zeit des römischen Reichs, ist er geboren und gestorben. Aber das liegt alles außerhalb der 70 Jahrwochen, zumindest dieses Ereignis. Was ist auch spannend? Wir haben drei Fristen, der Engel macht ja drei Fristen, sieben Wochen, 62 und eine. Wenn ich die sieben und die 62 addiere zu 69, habe ich dann nur noch zwei Fristen. Aber wir haben drei Fristen, wir haben eine erste, eine zweite und eine dritte. Ja, das spricht er eigentlich für sich. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, warum wird denn hier Antiochus Epiphanes gezeigt? Warum rechnet denn der Engel einmal bis Kyros und einmal bis Antiochus? Das muss ja einen Sinn haben. Wieso wird der Antiochus hier plötzlich ins Spiel gebracht in Kapitel 9? Ist ein Typ für einen Antichrist? Ist in Kapitel 8 und Kapitel 7 schon mal die Rede vom Antichrist? Ja, von einem kleinen Horn. In Kapitel 7 ist die Rede von einem kleinen Horn. in Kapitel 7 wird gezeigt, na gut, wir nehmen mal lieber Kapitel 8, das ist ein bisschen spannender. In Kapitel 8 wird ein Ziegenbock gezeigt, der hat ein großes Horn auf der Stirn, das ist der erste König, der König von Griechenland, Alexander der Große. Dieses große Horn zerbricht und an seiner Stelle wachsen vier ansehnliche Hörner. Und aus einem dieser Hörner wächst ein kleines Horn. Und das kleine Horn war doch ein Bild auf einen Antichrist. Ja gut, aber das kleine Horn wächst ja auf einen Ziegenbock, oder? Und nicht auf einer römischen Wölfin. Versteht ihr das? Der Antichrist ist griechisch. Der ist alexandrinisch, seleukidisch, Antiochus Antichrist, das ist seine Linie. Dieses kleine Horn wächst auf einem Ziegenbock, nicht auf einer römischen Wölfin. Das ist nicht Rom, das ist Griechenland. Und das zeigt Daniel auch. Und deswegen wird uns Antiochus gezeigt, weil der Antiochus ein Seleukide war. Die Seleukiden kommen von Seleukes I. Seleukes war Grieche und General bei Alexander dem Großen. Und Alexander war das große Horn. Das ist die Reihenfolge und die Struktur, die wir haben. Aber die Ausleger zeigen uns immer, ihr müsst ja nach Italien, nach Rom, nach Europa. Und das ist falsch. Wir müssen da wieder hin zurück. Also warum Antiochus Epiphanes? Wir sind gleich am Ende, wegen dem hier. Wir sind ja in Kapitel 9. Und hier wird zum ersten Mal die Zeit gezeigt, wann Antiochus Epiphanes kommen wird. Der Engel zeigt es dem Daniel. Und in Kapitel 7 und 8 haben wir schon mal dieses kleine Horn. Ein kleines Horn, was demütig, Daniel 7. Da sagt man, die zehn Hörner sind zehn europäische Staaten und das kleine Horn ist der Papst, der bricht zwischen den zehn anderen Hörnern. Das ist die Auslegung, die ihr hört. Oder ein Diktator aus dem Westen. Das ist das kleine Horn. Das ist Europa und zwischen Europa kommt ein kleines Horn hervor. Und die Decapolis war im Bund mit Damaskus. Damaskus ist auch ein kleines Horn. Das kommt. Das ist eine andere Linie. Deswegen haben wir das heute Morgen gemacht mit der Decapolis. Und hier haben wir eigentlich Daniel 7 und Daniel 8 zeigt, woher dieses kleine Horn kommt. Aus dem Nahen Osten. Genauer gesagt aus Damaskus. Daniel 9 wird gezeigt, wann das kleine Horn kommt. Und Daniel 11 wird gezeigt, was das kleine Horn tut. Das heißt, wenn wir dieses Kapitel hier auf Jesus auslegen, auf die Ankunft Christi, dann ist dieses Kapitel mit der Ankunft Christi zwischen zwei Antichrist Kapiteln. Wenn wir das aber hier auf den Antiochus Epiphanes auslegen, dann sagen wir, hier wird er angedeutet, und zwar mit zwei verschiedenen Disziplinen. Er ist ein Teil der Dekapolis, ist im Bund mit der Dekapolis und er kommt, weil seine Abstammung ist. Hier wird gezeigt, wann er kommt, hier wird gezeigt, was er tut. Das homogenisiert sich alles, das wird alles homogen, aber es ist komplizierter, als man glaubt. Und es ist anders, sogar grammatisch. Jetzt haben wir es historisch, politisch, grammatisch, von der Übersetzung her, und wir haben es jetzt sogar im Kontext der Kapitel. Das wäre rund. Und wir haben das alles beantwortet, warum das hier alles nicht stimmt. Darf man 360, 365 Tage einfach umrechnen? Darf man das einfach stauchen? Hat der Engel das gemeint? Wir stauchen nichts. Bei uns ergibt sich das ganz natürlich. Warum? Weil wir gehen vom richtigen Datum aus und wir machen das von dem Datum zweimal wegen Taschub. Wir brauchen nicht umrechnen. Das kommt ganz automatisch und ganz zwanglos. Ich mag gerne, wenn Dinge zwanglos gehen. Euer Getriebe soll ja auch schön geschmiert und laufen beim Auto. Sonst raucht das und platzt das auseinander. Das passiert mit der Theologie gerade auch. Da bleibt nichts übrig. Der Rabbiner macht es kaputt. Ich zerstöre das auch, aber ich zeige eine neue Variante, wo ich versuche zu begründen, dass das nicht ausgedacht habe, ich habe da gesessen und gesagt, das steht im Text. Dann sage ich, du hast dich getäuscht, das kann ja nicht sein, du musst mal wirklich professionelle Hilfe anfragen. Dann habe ich in Stuttgart angeschrieben und wen will man fragen. Die sind weltweit für die Lutherbibel zuständig und für die Übersetzung. Das sind alles Sprachwissenschaftler. Die haben das alles studiert. Und im Nebensatz hat er da tut sich doch was. Das finde ich schon bewegend. Das darf man nicht umrechnen. Warum macht man hier zwei Fristen? Warum staucht man die einfach? Warum fängt man von Ataxiakus an? Was hat man für eine billige Erklärung? Warum die Fristen 396 geteilt werden in zwei? Das ist nicht zuverlässig. Okay, noch kurz zum Schluss diese beiden. Die beiden tauchen auf, Kyros und Antiochus. Warum? Weil die wiederkommen. Der Antiochus ist ein Bild für den Antichrist. Ich glaube, dass der aus Damaskus kommt, ein Syrer ist. Und zwar ein seleukidischer Syrer. Das ist das Tier, das war und nicht war und wieder sein wird. Das ist nicht das römische Reich. Ich glaube, dass wir im römischen Reich gerade leben. Und ich glaube, dass wir gerade sehen, dass das römische Reich und jetzt kommt etwas Neues, worauf die Christenheit nicht vorbereitet ist, weil sie nichts weiß von der Bibel, weil uns das niemand lehrt, weil die alle an der Rom-Theorie festhalten. Und das bricht alles zusammen, aber die wollen nicht lassen davon. Gut, also, warum Kyros? Warum Kyros und Antiochus? Antiochus ist ein Typus für den Antichrist. Der wird in Kapitel 9, 10, 11 noch genau erklärt. Aber Kyros, der kommt auch wieder, weil in der Offenbarung steht, dass der sechste Engel, der die Posaune hatte, gesagt, löse die vier Engel, welche an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Das ist das Zweistromland. Und hier Offenbarung 16 nochmal, die Könige von Sonnenaufgang am Euphrat. Da kommen Könige vom Euphrat. Und was ist am Euphrat? Da kam der Kyros her. Diese zwei politischen Größen, die kommen wieder in der Endzeit. Die treffen in Hamageddon aufeinander. 200 Millionen Soldaten. Der Antichrist, der hat ja Ägypten erobert, oder? Haben wir doch gesagt, dem gelingt ja das, was dem Antiochus nicht gelungen ist. Der Antiochus wollte ja von Syrien, von seinem syrischen Weltreich hier runter und Ägypten erobern. Und das Antichrist in der Endzeit, der schafft das und der erobert diese ganze Gegend, Libyen, Kusch, Edom, Moab, Ammon, Syrien, Israel und all diese Gebiete. Das ist das Reich des Antichristen, laut Daniel. Und dann kommen, wenn der hier unten unterwegs ist, dann kommen die Assyrer vom Zweistromland, sagt ja der Engel hier, ja, löse die Engel, die sind am Strom Euphrat gebunden. Dann kommt der Neokyros, der kommt hier runter und zerstört Damaskus, Jesaja 17, dann wird Damaskus nur noch ein Steinhaufen sein. Da fragt mich ja, ob der Krieg in Syrien jetzt da soweit ist. Noch nicht. Das wird aber kommen. Und dann treffen die in Hamageddon aufeinander. Ist aber ein anderes Thema für heute Abend vielleicht, ja. Was haben wir heute im Nahen Osten? Das war die Antike, das kennt ihr schon. Und so sieht es heute aus, ja. Also wir haben wieder in Syrien, wir haben wieder in Ägypten, wir haben auch Israel, wir haben auch einen Iran, ja. Das ist ja ganz ähnlich, wie es in der Historie auch war. Und es ist alles mehr oder weniger nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Als ob einer mit dem Finger schnippt und dann war es da. Und seit 75 Jahren wartet das, dass das losgeht. Ja, das wartet und das rappelt und es rüttelt und jetzt rüttelt es in Israel und es rüttelt richtig laut und es reißt auseinander das Land zwischen Tel Aviv und Jerusalem und jetzt Bomben, die im Gazastreifen und die Bomben im Libanon und die Bomben in Syrien, die sind in Überlebenskampf ist Israel. Das spielt sich vor unseren Augen ab. Als ob da was losbrechen will, als ob da ist eine Riesenspannung auf dem Ganzen. Die haben ja alle Angst, dass der ganze Nahe Osten in so einen Flächenbrand kommt. Also Syrien würde dann, wenn das wieder kommt, dann erwarte ich hier aus Damaskus einen ganz kleinen unscheinbaren Herrscher, der aber plötzlich sehr groß wird und der sein Reich ausdennt hier nach Nordafrika und der zum Schluss sich dann hier in Hamageddon mit den Königen vom Euphrat trifft zu einer großen Schlacht. Und diese beiden, die zeigt der Engel dem Daniel. Und dann sind wir am Ende. Der Daniel sagt, Moment mal, Darius ist jetzt gerade an die Regierung gekommen, 539, der ist ja 70 Jahre Babylon gewesen. 70 Jahre, 70 Jahre, da war doch was. Da gucke ich mal in die Bibel, in den Schriften, guckt er in den Büchern, also nimmt er sich den Propheten Jeremia und findet in Kapitel 25 die Bibelstelle, wo ein Wort Gottes geschieht, und zwar im Jahr 605. Der Daniel war nicht doof, der hat die drei nachgerechnet. Der hat nachgerechnet, wann Jeremia 25 geschrieben wurde. Der war klug, der kannte sich viel besser aus wie wir und hat die Ursprachen gesprochen. Und dann liest er, wenn er Buße tut, kommt er nach Hause. Also macht Daniel ein langes Bußgebet. Dann kommt der Engel und sagt zu Daniel, das, was du hier gesehen hast, das ist noch keine Verwüstung. Das wird Verwüstung. Das wird alles verwüsten im Nahen Osten. Israel und Syrien und Ägypten und Libyen und alles, das wird alles verwüsten. Es geht hin und her, es wird eine große Verwüstung geben. Die Verwüstung wird bis zum Ende reichen und es wird einen Gräuel der Verwüstung geben. Und wer richtet den an, der Antiochus. Wann? In der Mitte seiner Amtszeit. Und in der Endzeit der Antichrist. Wenn wir diese geschichtlichen Dinge kennen, dann werden wir ein bisschen sattelfest für das, was in der Endzeit kommt. Es kommt das, was schon mal war. Und damit sind wir am Ende, deswegen zeigt der Engel diese beiden Könige. Das ist der Antichrist und der Iran, das haben wir heute. Wenn es interessiert, geht ihr in YouTube, könnt ihr da Videos gucken von mir, habe ich ganz viele Videos gemacht, kann man sich einen ganzen Samstag, Nachmittag oder Sonntag und Montag mit beschäftigen, wer da die Details wissen will. Aber Christus kommt, in den Tagen dieser Könige, dieser beiden Könige, wird der Herr, der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört wird und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewiglich bestehen. Damit sind wir am Ende. Bis zum nächsten Mal.